so weiter geht's mit far cry 6 und wir machen heute weiter kann ich die handschuhe wieder ausziehen ja ich würde jetzt gerne wieder ablegen wie ich das dürfte gut nehmen wir das mal raus wir machen weiter wir sollen in die richtung gehen frage wie weit ist das ein stück brauchen wir ein auto oder irgendwas doch hier unten ist doch was so ich nehme mal ganz kurz hier mal das zeug mit jetzt ist eine werkbank wir greifen mal die richtung wir halten uns gerade mal ein bisschen zurück wow du Arsch das finde ich jetzt ja super ey einfach mal kurz vom mpc wegrasiert worden so wir sind da und sollen jetzt mit dem typen hier quatsch oder was dann machen wir das die nächste quest treibstoff der revolution so wir haben noch nie mal treibstoff der revolution so so wir sollen der verdient die basis sichern wir haben drei dinge insgesamt und hilfe eigentlich würde ich das ich brauche es gerade dass ich angenommen habe die mission kann ich die kann ich die mission vielleicht abbrechen nochmal warte mal kurz wir müssen halten wir jetzt zu von mir militärische ziel aufgedeckt auch hier ja ich will eigentlich ich bin gerne an ich gucke mal gerade in klares lager vielleicht habe ich die möglichkeit auch mal die quest abzubrechen so ich will eigentlich gerne nochmal ich spreche die quest ab das ist ein vierer quest die brauche ich jetzt erstmal noch nicht ich gucke mal wenn wir noch mal einen einsatz irgendwo haben so den habe ich den möchte ich jetzt gerade nicht nochmal machen haben wir irgendwas was wir machen könnten haben wir irgendwas was wir haben wir keine quest momentan ne und ich möchte eigentlich ungern wir sind mal zwei ne und jetzt richtig im kopf ab wir sind ja wir sind ja mit zwei uns fehlt noch ein paar erfahrungen das heißt wir müssen gucken dass wir erstmal was anderes gemacht bekommen wir müssen erstmal gucken dass wir was anderes gemacht bekommen würde ich sagen bis wir uns hin und her reißen ja hab ich nicht irgendwas in der nähe was wir hier machen könnten ja dann müssen wir erstmal durch die gegend fahren jetzt haben wir ein paar sachen für zwei punkte freischalten wir müssen dringend im rang aufsteigen was anderes können wir jetzt erstmal nicht machen rang 4 2 4 6 ja das müssen wir jetzt dass der wird drei sein damit ich überhaupt irgendwas weitermachen jetzt haben wir ihn hier hier ist eine weitere quest oder was was bist du denn haben wir nicht irgendwas was ist denn hier was ist denn hier ist irgendwas aus dem zeichnen ich habe aber keine ahnung was er soll ach hier will er nur tot oder noch tot oder noch tot ok das ist wieder irgendwas anderes ist was kann man denn machen anscheinend müssen wir jetzt erstmal mal ja das alles bringt jetzt eh nicht zum primordial ok wir müssen jetzt erstmal schauen dass wir hier das war schon mal hier erstmal kontrollpunkt ich habe keine ahnung ob ich zuerst ist das hier ein kontrollpunkt die rechts ja 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 So, der Sniper, da ist was anderes. Ja, was anderes bringt jetzt erstmal nichts zu machen, außer... Okay. Da werden wir uns Kontrollpunkt jetzt erstmal holen. Gut, ist tot? Ich bin tot. Tot. Oh, 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 oh. Nehmen wir den Korra, nehmen wir den Hunde mit. Sind ja noch Feind. Tot. Da soll ich noch. Tot. Tot. Okay. Das ist der Kontrollpunkt. So, wenn wir jetzt eh ein bisschen was anderes machen müssen. So. Fezil mitnehmen. Metall und Herbung mitgenommen. Dann gehen wir mal da runter. Ich weiß nicht, was jetzt da noch irgendwie kommt. Ich brauche es bestimmt gleich. Die haben wir weg. Okay. Da haben wir die zwei Haufen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht hier rumgeiern, aber ich muss halt leveln, das ist das Problem. Ja. Was kann man denn sagen? Ich brauche mal 4 oder 3. Dann bin ich jetzt eigentlich wieder, ah, ich bin jetzt wieder irgendwo rumgereiht. Ja, wir haben jetzt was heute tatsächlich machen. Gut. So, wir gucken mal hier hoch. Also machen wir tatsächlich doch wieder einen Teil der Mission. Ich probiere es. Wer kann ich nicht tun? Autopanzer. Boah, ja, 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 ja. Cool, okay. Ja, wir müssen es ja eh machen. Ich gucke gerade, ob wir hier noch irgendwas haben. Ein Panzerbrechen, eine Munition, die habe ich ja eh. Okay. Weichtzieher Munition. Okay. Das ist anders. Das bringt jetzt erstmal nichts. Probieren's. Ich habe mich ja schon ein bisschen durchgesetzt gegen den Poster. So, ich spiele das Ding ja hier auf leicht. Ich frage, kriege ich den von hier? Ja. Ja. Die sind nicht so gut. Die sind nicht so gut. Sie sind nicht so gut. Was ist das? Check it out. Report back to me. I'll get attacked. Come on, come on. Ja, das war natürlich jetzt alles klar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fuck you! ich habe hier scheiße ich bin natürlich raus aus der nummer weil ich den kampf gerade bin ja ich könnte ja ich müsste eigentlich die richtung wieder oder nicht ich verstehe mich mal hier unten rum gut quapos gerade erst mal raus aus der nummer so dann sind wir gerade mal ein bisschen außenrum um diese anlage hier und halten uns gerade wie das komplett mal immer mit gut er soll schrott mitnehmen alles mit dem was irgendwie geht die munitionslager meine andere der blick haben wir schon um das scharf schütziges entgegen und ja da sind auch feinde so so Jetzt sind wir bereit, okay? Jetzt weiß er dich nicht beabsichtigt zu. Ja, super! Das Quapo jetzt am Boden ist, das ist natürlich jetzt bitter. So, klappe jetzt! So, den haben wir schon mal weg, den Rosario. So. So, das ist natürlich blöd, dass der... So, das ist natürlich blöd. 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 Dann haben wir das auch. Dann nutze ich mir das mal gerade. Also, Rosario ist tot. Medizin mitnehmen, irgendwas hier mitnehmen. Komische Sporttasche hier mitnehmen. Ich gucke nur gerade, ob noch was da ist. Nö. Gut. Dann fehlt uns nur noch die Nummer hier hinten. Schnellreise. Schnellreise-Serie 9. Das Kampf ist nicht möglich. Jetzt muss ich ganz oft da runter. Warte mal, ich bin gleich da. Warte mal, ich bin mit Sicherheit nicht ein LKW. Ich bin nicht mit dem Auto. bist du jetzt mir gerade kann ich jetzt darüber reisen oder ist jetzt ist mal gut natürlich nicht während des kampfes möglich jene einzelne von den wichsern die ich nicht gerade ich habe irgendwas hinter mir ein auto hinter mir ich glaube ich habe ich weiß nicht was ich da gerade immer vor mir ab ich gehe mich auf sinke ja 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 Fresse ich jetzt mal! So, ich brauche ein Auto, dann nehmen wir das Auto, warte mal, ich kann ja mein Gewanzer das Auto noch reparieren, wenn es irgendwie möglich ist, natürlich. Das war jetzt mehr oder weniger Absicht. So, dann reparieren wir mal kurz unsere Karre hier und dann machen wir Feierabend für euch. Na, bis dahin! Tschüssi! 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 Tschüssi!